Hallo! Wie geht's? Ich bin Amy und heute möchte ich ein bisschen über den Instademy reden, ob er funktioniert, ob es sich lohnt, ob er wirklich gut ist. Ich habe eine gründliche Recherche zu diesem Online-Kurs gemacht, um euch so viele Informationen wie möglich zu liefern. Also bleibt bis zum Ende dieses Videos dabei, wenn ihr mehr über den Instademy erfahren wollt. Außerdem findet ihr den Link zum Instademy in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Der Instademy wurde von Fendi Roll entwickelt, der ein echter Experte auf seinem Gebiet ist. Er hat beschlossen, diese Community zu gründen, um das gesamte Wissen, das er im Laufe der Jahre gesammelt hat, zu teilen und euch beizubringen, wie ihr euer eigenes Online-Geschäft über Instagram aufbauen könnt, selbst wenn ihr nur wenige Follower habt. Der Instademy ist ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden, der euch zeigt, wie ihr euer Online-Geschäft nur mit eurem Smartphone aufbaut und monatliche Verkäufe erzielt. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, Geld von zu Hause aus zu verdienen und euer eigenes Geschäft zu betreiben, mit flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsorten. Der Instademy bringt euch bei, euer eigener Chef zu sein. Hier sind einige Bewertungen von einer Google-Website, die über den Instademy sprechen. Die meisten Bewertungen, die ich gefunden habe, waren positiv. Es gab nur ein paar wenige negative Kritiken. Soweit ich sehen konnte, sind die Module sehr umfassend und bringen euch Schritt-für-Schritt bei. Die Unterrichtseinheiten sind direkt, es wird also keine Zeit verschwendet. Es geht direkt auf den Punkt. Den Preis fand ich sehr günstig für das, was geboten wird. Ihr bekommt einen umfassenden Inhalt für einen wirklich niedrigen Preis, nur 27 Euro. Das ist ein sehr erschwinglicher Preis. Außerdem könnt ihr eine Rückerstattung beantragen, falls ihr den Kurs nicht für sinnvoll haltet. Das fand ich wirklich gut. Ein weiterer positiver Punkt ist, dass du keine Vorkenntnisse oder Erfahrung in dem Bereich haben musst, denn Fendi Roll bringt dir von Grund auf bei, wie du deinen Instagram-Account erstellst und daraus ein Geschäft machst, das täglich Einkommen generiert. Der Support des Instademy ist sehr hilfsbereit und beantwortet alle Fragen, das fand ich echt super. Die negativen Punkte beim Instademy sind, dass es nicht immer möglich ist, sich anzumelden. Fendi Roll öffnet die Anmeldungen nur wenige Male im Jahr, daher kann es sein, dass du je nachdem, wann du versuchst, dich anzumelden, keinen Platz bekommst, weil die Anmeldungen geschlossen sein könnten. Ich werde den Link zum Instademy hier unten hinterlassen, aber ich erinnere daran, dass die Anmeldungen jetzt geöffnet sind, aber ich weiß nicht, wie lange, also wenn du am Instademy teilnehmen möchtest, empfehle ich dir, dich zu beeilen und dich anzumelden, denn ich weiß nicht, wie lange dieser Link aktiv sein wird. Ich weiß nicht, wann du dieses Video ansiehst, daher, wenn du es zu einem anderen Zeitpunkt ansiehst und versucht hast, dich anzumelden und es nicht geklappt hat, behalte es im Auge, denn es könnten zu einem anderen Zeitpunkt wieder Plätze frei werden. Alles in allem empfehle ich den Instademy sehr, ich fand den Kurs sehr umfassend und ich folge bereits den Schritten. Da ich ihn erst vor einem Tag gekauft habe, hatte ich noch keine finanziellen Ergebnisse, aber ich verspreche euch, dass ich hierher zurückkommen werde, um euch zu erzählen, ob ich Ergebnisse erzielt habe oder nicht. Mir hat die Didaktik und das gesamte Material sehr gut gefallen und der Preis ist extrem günstig im Vergleich zu anderen Online-Kursen da draußen. Nun, das war es, was ich heute mit euch teilen wollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und es hat euch auf irgendeine Weise geholfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!